Lamborghini, dieser Name steht für extreme und kompromisslose Luxus Supersportwagen in besser italienischer Tradition. Jeder einzelne V12, den wir in Santagra da Bolognese präsentiert haben, hat die Zukunft der Supersportwagen im Sinne von Design und Performance neu definiert. Und heute präsentieren wir Ihnen die sechste Generation des Lamborghini V12. Das Design ist revolutionär, aber unverkennbar Lamborghini und nach wie vor zählt Form follows Function. Der neue 12-Zylinder-Motor mit 6,5 Liter Hubraum und 700 PS hat 8% mehr Leistung und das bei gleichzeitig 20% weniger CO2-Emissionen. Das neue Chassis mit dem Kohlefaser-Monocoque ist extrem leicht, hat zugleich aber auch eine hohe Steifigkeit. Das komplett neue ISR-Schaltgetriebe ist ein leichtes Getriebe, aber auch ein sehr emotionales, bei nur 50 Millisekunden Schaltzeit. Die Pushroad-Radaufhängungen stammen aus der Formel 1 und wir haben sie zum ersten Mal in einem Serienfahrzeug verbaut. Wir haben traditionelle Elemente, wie den längst eingebauten V12-Mittelmotor, Allradantrieb und Flügeltüren behalten und trotzdem eine spektakuläre Maschine entwickelt, die vom Design bis zur Mechanik völlig neu ist. Mit dem neuen Lamborghini Flaggschiff machen wir einen großen Schritt in die Zukunft. Dieses Fahrzeug ist die Synthese aller Komponenten, die den Esprit von Lamborghini perfekt widerspiegeln. Design, Performance, Handling. Man, Performance, Handling. Untertitelung. BR 2018 Ladies and gentlemen, please welcome President and CEO Automobili Lamborghini, Stefan Winkelmann. Buonasera e benvenuti. Signore e Signori, der neue Lamborghini Aventador LP 700-4. Aventador ist der Name eines Kampfstieres in bester Lamborghini Tradition. Der Aventador war ein Stier, der 1993 in der Arena von Zaragoza als tapferster Stier ausgezeichnet wurde. Und dieses Auto, der Lamborghini Aventador LP 700-4, ist 90 Kilo leichter als sein Vorgänger, erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 350 Stundenkilometer und schnellt in nur 2,9 Sekunden von 0 auf 100. Meine Damen und Herren, der Lamborghini Aventador LP 700-4. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Untertitelung. BR 2018